Also hier haben wir jetzt zartschokoladig, mild, ganz normale Vollmilch, kennt man ja, also es ist nichts besonderes, aber wie immer sehr lecker. Dann hier sieht mir jetzt nach bitter Schokolade aus. Ist das Schnaps? Okay. Mit Füllung auf jeden Fall. Sehr interessant. Ähm, jetzt hier diese wahnsinnig originell geformten. Ja, auch mit cremiger Füllung. Also nicht einfach nur normale Vollmilchschokolade. Die ist natürlich drumrum, wie man sieht. Also wenn man das hier vergleicht, das ist ein bisschen heller. Ähm, und es ist so, ich weiß gar nicht was das ist, so Nougat Creme. Ist auf jeden Fall drin. Schmeckt sehr lecker. Welches ist dein Favorit? Mein Favorit würde ich sagen, dass die Form ist zwar ein bisschen neuer, aber vom Geschmack her definitiv das ist. Okay, wir dürfen natürlich verraten, in der zwei ist kein Schnaps drin, das ist Chili gewesen. Chili? Ja, aber würdest du vermuten, dass eine dieser Schokoladen vegane Schokolade ist? Geschmacklich? Nein. Nein. Würdest du einen Tipp abgeben, welche der drei veganen ist? Ähm, ich glaube... Oder? Okay, super. Vielen Dank fürs mitmachen. Oh. Ist okay. Besser? Die finde ich von den dreien eigentlich am besten. Okay. Hättest du jetzt vermutet, dass eine dieser drei Sorten eine vegane Schokolade ist? Oder könntest du einen Tipp abgeben, was du meinst, welche dieser drei Schokoladen-Sorten, die du gegessen hast, vielleicht vegan sein könnte? Ich würde vermuten, dass die zweite ist. Okay, vielen Dank. 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 Vielen Dank.